Hallo und willkommen zurück bei The Legend of Sider Breed of the Wild. Wie ihr seht, habe ich mir ein neues Reitier besorgt. Nun, ich suche immer noch den Wüstenbasar. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ich muss mich mal kurz heilen, sonst gehe ich hier ein wie eine Zitrone. Ich suche hier immer noch alles ab. Ich bin nicht sicher, wie ich in die Stadt reinkommen soll. Jedenfalls ist das Reiten hier besonders cool gemacht. Ich habe hier vorne auf der Karte noch was gesehen, deshalb düse ich mal in die Richtung. Ups. Ja, Mist, das muss ja richtig sein. Das Chameleon. Das Chameleon. Die Stadt Das kriegen wir noch hin mit dem Dungeon bestimmt. Hey jetzt haut mein Reib, oh jetzt haut doch nicht ab, achso kann gar nicht alleine. Also der befindet sich hier, man kommt auf dem Weg, wenn man den Weg lang läuft, was ich ja nicht mache, dran vorbei. Ach jetzt weiß ich auch noch mal was für ein Volk das ist, das ist doch auch das Heimatvolk von Ganon. Genau. Hm? Hm? Ganz schön teuer. Ich brauche also ein hübsches Karoda-Gewand. Hey, du bist doch Schneiderin. Hm? Was? Hm? Hm? Was? Hm? 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 Also muss ich wohl bis abends warten. Gut, dass es bald Abend wird. Hm? Hier kann ich übernachten. Du Luxus. Nein, nicht morgens! Nein, nein! Ah! Ich wollte doch abends... Und jetzt wieder Blutmund. Als mal wieder. Das dritte Mal schon seit meiner Reise. Blutmund, es ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut! Ja. Ja. Ja, hat mich nur unnötig Geld kostet. Gerade nochmal knacken. Bin eh nicht so ausgeruht. Normal. Abends. Danke. Er kühlt sich ja auf dem Dach ab. Oh, ab hoch. Ah! 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 Ja. Moment, ich bin gleich wieder da. Ist mir eigentlich ziemlich egal, Hauptsache ich krieg das Geld zusammen für das Outfit. Hätte mehr Farben sollen, hab nicht so viel zum Verklopfen. Leuchtenstein, weg damit. Danke, ich brauch dieses Outfit. Dann komm ich auch in die Wüstenstadt. In Karoda Stadt. Warte mal, gibt es noch andere Möglichkeiten? Dann ist er direkt ablehnend. Komm, dann kaufen wir den. Nexen hat Rubine, komm. Egal. Vielleicht gibt es noch einen anderen Maker. Oh je, ich ahne Böses. Oh. 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 Hm? Woa. 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 War ja klar. Schnell dahin. Schnell dahin. Oh. 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 Der Läufer. Der hat auch noch eine Quest für mich, da gibt es vielleicht die Stiefelchen. Nicht aussieht wie eine Frau. Der Läufer. 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 Überraschend. Schwertig. was liegt noch nix die sind dort hier für'n schuppen daßig damenschleier damengewand damenhose ich hatte gehofft da kommt hier haben was das war ein bisschen feuerresistent ist eine gleiche flamme auf geht aber ne gibt es nur extrem feminine kleidung naja das ist halt ne wenigstens bin ich in garuda stadt und hätte wirklich wissen müssen was hier die garudas sind da wo ganon ja auch herkommt ja 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 italianerin sag schon was willst du von mir oh da hast du aber etwas höchst interessantes dabei ja 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 Jetzt wüsste ich mal gerne, wenn ich das Schwert schon hätte, Rob, dann. Hey, er hat das Ballenschwert. Mmh. Mmh. Oh. Mmh. 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 Oh. 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 Oh, das ist ein weiter Weg. Oh. 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 Ja, ich hätte gerne eine. Rauf. Aua, es geht echt schnell. Hey. Jetzt nehme ich Kälteschaden, ist nicht wahr, oder? Na ja, das war der Spaß wert, jetzt brauchte ich mich doch lieber. War auf jeden Fall witzig mit der Robbe zu reiten. Macht tierisch Spaß, finde ich. Ich hoffe, mein Schild geht nur nicht so schnell kaputt bei der Aktion. Sollte ich mich umziehen, frede ich mir den Löffel ab. Ja, die Richtung stimmt. Ich war ja schon mal da oben, so ist es nicht. Gut. Dachte ich noch so schelmhaft, oh, so schnell komm ich da nicht mehr hin. Haha, von wegen. Noch nicht mal richtig eine halbe Stunde weg. Was mich da wohl erwartet? Ich wollte eigentlich noch kochen, ne? Schnell weg, bevor sie mir auf die Nüsse gehen. Ich hab doch so schöne Schneestiefel, oder? Ja, damit müsste ich doch... Gut, klar, komm. Nehme ich alles mit. Ach, sind auch immer so schnell, dass ich nicht brauche, groß hinher zu laufen. Das ist doch gar nix, das ist nur ein Felsen. Ach gut, okay, da unten wird wohl ne Höhle sein. Das streit ja nach Abenteuer, ne? Meine Waffentasche ist gerade voll. Das sieht interessant aus, ne? Okay. Das schaue ich mir dann in der nächsten Folge mal ganz genau an. Ich hoffe ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye.